hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22RP Projekt zusammen mit dem Herrn. Wen habe ich da gerade in der Leitung? Im Herrn Müller. Ja genau. Guten Tag. Hallo. Hallo. Dominik bist du fertig? Ja. Warten wir mal kurz. Ich bin da gerade beim Nils. Ja. Telefonieren gerade. Was? Haben Sie das gesagt richtig? Ja. Ja sehr schön. Ähm. Bisschen. Danke. Könnt ihr gegen 8 Uhr mal runter zu mir auf den Hof kommen? Ja können wir auch. Okay. Danke. Also beide. Ja. Bisschen. Servus. Danke. Tschüssi. Tschau. So. So Herr. Weiß ich nicht, der ist schon weg. So. Ah egal. Schauen wir mal. Irgendwohin hat er gesagt, muss jetzt fahren, der Herr Kollege. Ui. Geh durch. Bleiben Sie mal kurz in der Leitung. Ich muss kurz den Herrn Seidebachern rufen. Rufen Sie mal an. Ich bin noch in der Leitung. Ja. Ring, 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 ring. Ähm. Ja, hallo? Servus. Ach, Dominik. Alles Haus. Bist du fertig? Wo muss jetzt hinkommen? Äh. Zur 33. Hier oben ist im Wald so ein, äh. Hof. Junge, Dominik. Was hast du eigentlich gemacht? Junge, du hast von mir Zimmermann die Felder angesehen. Na, der Herr Bauer hat, oder halt der Nils hat mir den Aufbau gegeben. Ja, das Junge, kann der Typ keine Karten lesen oder was? Äh, jetzt haben wir kurz einmal out of A.C. Äh, wollten wir nicht vier machen? Joa, nö. Ein paar. Was? Ein paar Stück. Also jetzt noch eine. Also die Folge jetzt nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall kommst du wieder hoch. Ja. Ich glaube nämlich, dieser Felix Müller, der hatte mich nämlich schon angeschrieben, der wollte nämlich von irgendeinem Gemäht haben. Ich weiß nicht, ob du das da mähen möchtest oder hier wänden möchtest oder so, ich weiß ja nicht. Ich kann den ja gleich mal anrufen, dann kommt der Mai ohne hin. So. Ich bin nämlich jetzt fertig mit dem Mähen. So, jetzt sind wir mal an, ich bin fertig. Ja. Sehr schön. Ja, da ist die erste Vise schon mal gemäht. Haben sie eigentlich jetzt noch einen Wender hier zu, oder? Er ist noch nicht geliefert worden. Ach so, ja, dann, na gut. Ich könnte schon mal Gras machen. Silo, oder man müsste halt die Wiese zur Hälfte machen. Dass man hier hinten das Stück Silo macht, also hier das Stück, was so quer hier ist, das macht man Silo. Und hier das hier zu längst, macht man halt, äh, Heu. Ja, das wäre sogar gar nicht mal so gekommen. Ja, wir halten Vorschlag. Ach, da kommt der, mein Kollege. Junge, bist du um den Schmalt gefahren, oder was? Ja, 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 woher kommen sie denn auf einmal hier? Also, hier, das kennst du ja in der Zimmer, Mann. Hier. Silo, ja, wo ist? Ja. Damit machen sie doch mal Motor aus hier, die Spritpreise, also... Ja, sorry, ich wollte eigentlich... Ja, sie wollen mich arm machen, ich meine... Apropos arm machen, was bekommen sie denn, ihr Feindes, wie ihr Arbeit? Ja, das, äh, wäre ja für sie. Aber das müssten sie, aber sie kommen halt drauf an, wenn ich jetzt nur weiterarbeite, berechne, aber dann ist ja noch alles drauf. Ja, naja. Also, ich werde jetzt mal nicht, ich werde jetzt mal nicht sagen, was der Lohnunternehmer mir gegeben hat, weil das sind halt schon ziemlich, äh, krasse Preise, also das hatte ich bis jetzt noch nie, wo ich irgendwo gearbeitet habe. Der hat mir für 10 und für 6 hat er mir eine 10 mit 3 Nullen gegeben, musst du dir mal vorstellen. Eine 10 mit 3 Nullen, eieiei. Ja, das ist schon ziemlich viel. Aber der hat gut Geld. Also, wenn du nur Geld verdienst, wo zu dem geht. Ja, ich glaube, ich werde auch mal Lohnunternehmern, das. Aber nee, ich weiß ja nicht. Ja, aber ich würde sagen... Ja, Dominik. Ja. Was, bitte? Ich rufe gleich mal den Müller an. Dann kannst du eigentlich bei dem reden, oder nicht? Ja. Warte, ich rufe den gerade mal an. Und sie haben hier eben fürs Lohnunternehmen auch mein Face ja angesehen, habe ich gehört. Ja, ja, ich habe nur einen Auftrag gekriegt. Und da fährt der Herr Seidemacher los. So. Der Herr Müller kommt jetzt. Dominik. Hier kannst du nicht rein. Dick. Wohin? An den Hof hier unten hin. Folgst mir einfach. Warte, Katz. Jetzt sind wir mal an, soll ich dann... Ja, hast du... Haben sie irgendwie einen Schlauch oder so? Zum Sauer machen? Ey, ich habe einen ganzen Kärcher hier, so, ja? Echt? Wow. Dann muss ich das mal sehen. Aber machen sie dann hinten ihr Fenster zu vom Traktor. Ach so, ja, ja. Sonst mache ich Innenwäsche noch ein bisschen. Ja, das möchte ich bitte nicht. So, wo steht denn der Kärcher? Der ist ziemlich nah beim Haus. Ach so, da bei dem, in Anführungszeichen, Haus. Ach Gott. Was ist denn hier das hier? Doppelkärcher oder was? Ja, habt ihr irgendwie zusammengekauft? Also, ich habe nichts, halt nicht. Ach. Sie stehen ein bisschen ungünstig, Herr Müller. Ja, tut mir leid. Haben Sie und der Herr Zimmermann irgendwie zusammengekauft? Oder warum haben Sie ja die gleichen Geräte? Da kann ich ja nichts für. Oh Gott, weiß ich auch nicht. Und der Herr Zimmermann die gleichen Geräte, wie ich kauft. Herr Zimmermann. So, jetzt wird das mal sauber gemacht. Eier, eier, ich riff's hier nicht so in den Himmel. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, Dominik, pass auf! Oh, ist ohne hier. Auwe, auwe, auwe. Es soll nicht hier in die Luft. Du musst so eine Sachen machen. Also, du hast von einem Schemal getauft hier. Hey, so, ich geh ein paar die Bike zu mir, ey. Los bitte den Herrn Seidebrocher niemals mit deinem Hochdruck reinig arbeiten. Ja, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Uu, uu, uu. Uu, uu. Uu, uu. Uu, uu. Uu, uu. Uu, uu, uu. Uu, uu. Uu, uu, uu. Uu, 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 uu. Uu, uu, uu. Uu, 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 uu. nachdem wir das mal wieder ein jetzt haben wir ja genau dass man da wieder hin die ganzen Dominik mitnehmen die will mehr mehr damit er solltet mehr als Auro ja das steht Achtung ein Beinert herr Vogel aber es ist nicht mehr so ein Platz mehr in der Halle ich bin das erinnert dass er mit der Herr Vogel hier Entschuldigung dass ich nicht mitnehmen kann aber auch mein Beifahrer zu zu klein ich glaube da passiert auch nicht rein von der höhe müssten wir mal gucken es wird nichts lassen sie es Herr Müller kommen sie mal nach vorne stellen sie einfach hier draußen mal hin Herr Müller kommen sie mal zu meinem Traktor Herr Vogel sind sie da ja 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 folgen sie mal einmal ich habe ihn schon mal eine Linie gemäht weil da ist Grundstücksende weil ich habe Grundstücksendung und dann kriege ich Ärger hier mit den Nachbarn mit dem Nachbargrundstück Sie wissen ja wo mein Grundstück ist oder na ja dann folgen sie mir einfach ja ich wollte nur mal kurz die Bremsen testen von dem Gefertigung ja haben sie es neu gekauft oder was das habe ich von meinem Opa geerbt Ah Oh Ui Okay hier Mein Bremsen ist auf Hier ist nicht los Oh weh da war ein Schlagloch tut mir leid Was hat doch da hin Haben sie da Handbremse mit der Bremse vertauft oder mit der Eckenschaltung Hier sind sie schon Hier ist eine Linie eingemäht Bitte bis dahin mähen dann bin ich ja nicht weiter sonst kriege ich Ärger hier Oh Ich kann ja erstmal auf meinen Hof kommen Dann kann ich ihnen erstmal was zeigen Dann kann ich ihnen erstmal meine Geräte zeigen die ich hier habe Oh Oh Nein da Ah das war ja der Hof den wir uns angeschaut haben Ok Ja ja von diesem Kreditputze Na gut so ihr seid nicht da Ja ja zum Glück Ja parken sie euch hier irgendwo Oder stellen sie euch ruhig wo mein Haus Ja auch stellen sie euch hier Hier sind sie schon Frontlader Ja kein Wunder warum der Schie steht Hier sehen sie mal Hier das ist mal ein richtiger Schwader Will ich kurz den Dominik an? Biep Ich glaub ich glaub ihr Handy klingelt Ja servus Biep Ja hallo Herr Dominik Achso jetzt haben wir schon bei Sie ok Kommst mal kurz mit dem Auto hier runter zum Hof Äh Holst du mich mal kurz ab Wir müssen nämlich mal dringend zum LU Der hat gesagt wir müssen mal schnell da runter Das ist wichtig Ok Ja äh Herr Müller Ja Ich bin gleich wieder da Ich muss nur kurz mit meinen Herrn Kollegen wohin Ja ok Machs kurze Pause Herr Müller der kann ja auch Der kann ja nachher noch weitermachen So wo musst du jetzt hin? Da zum Hof wo du vorhin hingefahren bist Was war das? 33 gell? 33 gell? Jo So Wir sehen uns später Jo Ciao Ciao Naja jetzt bin ich wieder Taxi Meter Das ist unser Taxi Ja Kache Das ist unser Taxi Untertitelung. BR 2018 Ach, Dominik, mein Taxi. So, dann sehen wir uns gleich. Halten Sie sich hier fest wegen der Fahrstil oder was? Ja, ja, bei dem immer. Ja, wo ist es? Tschüss. Wohin? So, zum L.O. Nummer? Och, ich zeig dir einfach. Fahr hier vorne rechts. Achtung, pass auf! Das ist doch der Herr Bauer. Was fällt da eigentlich mit meiner Kachel rum? Das ist mein Auto? Ja, soll ich ihn bringen? Frau Fessel, ich frage alle. Sie klappt wieder ganz. Ja, ja, das ist wieder ganz. Dann zu ihrem Hof. Ja. Dominik, ich habe mich drei nicht kennengelernt. Ich bin mir einst. Sie brauchen ganz. Ich habe doch, Bram, nur vorhin eine Schildwecke gerammt, gell? Äh, mit dem Auto hier? Nein, beim Häxler. Okay. Das habe ich gerade genommen, man wollte ihn draufstehen, weil er mit Rumpfstern. Nee, man vorhin nur ein Auto. Und dann kam der Herr S. Müll von die Ecke, er hat mir abgenommen. Ja, genau richtig. Er steht stets wieder auf der Wiese. Warte, nein. Warte, ja, egal. Fahr mal weiter, da sind dran. Ja, das ist so für heute. Er sagt mal, Herr Seidenberger, haben Sie denn schon Flächen oder einen Hof? Nein. Nein. Ich habe noch keinen Hof, aber auch keine Flächen. Wir graben hierhin mit null Euro. Wir sind aktuell am Arbeiten, um Geld zu verdienen. Ach so. Warum? Da jetzt hier einen Hof hat, ist hier der Herr Müller und der Herr Zimmermann, von dem Sie irgendeine Fläche angesehen haben. Herr Smith, kann mir helfen? Äh, ja, wegen dem grünen Gator. Wem gehört der? Äh, mir. Da ist eine Rechnung von 200 offen. Da müssen Sie, ja, da müssen Sie einmal zum Herr Zimmermann fahren. Der hat nämlich den Schaden verursacht. Okay. Ja. Aber der weiß auch Bescheid. Der weiß auch Bescheid. Heute wollen wir nicht. Okay. Da müssen Sie einfach da hoch, sahen Sie hier die Rechnung und dann bezahlt er das. Oh, ist klar. Ja. Und beim nächsten Mal 20er Zone mit 20 von den mit 40. Ach so, Entschuldigung. Dankeschön. Jo. Schönen Abend noch. Tschö, tschö. Schönen Autos. Das ist ein Ding. Polizisten mögen wir nicht. Immer so, der Blaue ist auch auf dem Auto. Das hört jetzt zu. Hört mal die alle zu. Als ob die jetzt wirklich eine 20er Zone davon rausgemacht haben. Junge, das ist so eine scheiße Verkehrs-Hauptstraße. Kommt einfach her. Ich habe was kleines für euch. Als kleines Dankeschön fürs Mitarbeiten. Ja, kommt da noch was? Die zwei Gespanne wollte ich euch geben. Als kleines Dankeschön fürs Helfen. Oh, danke. Und für die weitere Zusammenarbeit. Hoffe ich mal. Sie geben uns die zwei Traktoren? Ja, mit Maschinen. Mit Maschinen? Ja, natürlich. Denkst du ohne? Was haben wir denn bei dir gearbeitet, dass wir das hier kriegen, Junge? Ähm. Ja. Es gibt wenige Landwirte aktuell in den Stadt, deswegen unterstützt ich sowas. Was müssen wir, okay, das freut mich natürlich. Was müssen wir dazuzahlen? Gar nichts. Komm, wir können ja komplett umsonst machen. Sag irgendwas, irgendwas müssen wir dazugeben. Äh, keine Ahnung, gar nicht. Komm, Dominik. Dominik. Junge, du bist doch schon wieder im Sitz. Was geht denn jetzt ab? Da kommt ein Helikopter. Hä? Ja, der AC kommt. Junge, komm mal her, komm mal her. Was soll mir denn geben? Wir können das nicht umsonst annehmen, das geht nicht. Keine Ahnung. Was geht mit dem? Ja, du, mir ist schon klar, Junge, du guckst Geschenken, glaube ich überhaupt nicht ins Maul. Du nimmst am besten noch mehr. Aber, was geht mit dem? Na hör mal. Ja, ist doch mal. Ich glaube, bei dir sind die Synapsen ja mal ganz richtig bei dir. Was sagst du? Was geht mit dem? Eigentlich müsste mit dem natürlich... Hm, 3K? Fuck. Ich würde sogar noch mehr geben. Guck dir mal, die zweite Akteure haben. Die sind mini, die sind mini. Mal dreimal so viel, wie wir auf dem Konto aktuell haben. Jo. Gib ihm halt 15K. Ja, 15, ich würde 12 sagen. 12, da haben wir noch zwei über. Ja, weil wir müssen auch irgendwie noch essen, irgendwo auch mal schlafen. Ich will nicht schon wieder irgendwie in der Halle schlafen. Mach 10K. Mach 10K. Und oben in meinem Zimmermann schlaue ich schon mal gar nicht. Hast du mal die Hunde gesehen vor dem? Mach 10K und gib jetzt Ruhe. Okay. Herr Bauer. Ja? Wir haben uns entschieden, wir geben ihm... Wir müssen ihm irgendwas zurückgeben, wir können das nicht umsonst annehmen, das klappt nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Jetzt weiß ich nicht, wie man hier Konto überweist. Äh. Ach hier. Handy benutzt. Äh. Ja. Paypal mache ich, okay? Okay. Mach mal deinen Paypal-Name. Äh. Nils Bauer. Ah, okay, okay, okay. Zack, musst du auch angekommen sein, oder? Ja, ist angekommen. Hätte nicht nötig sein müssen. Doch, doch, doch. Das ist nötig. Aber wie sich die Geräte anfühlen und wie sie sich bewähren in der Arbeit, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut es beim Herrn Kollegen vorbei, der macht einmal sehr gute Videos. Das seht ihr aus seiner Perspektive. Und dann schaut es euch zur nächsten Folge vorbei. Bis dann, muss gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.